Ich habe wieder einen neuen Lieblingsplatz gefunden, diesmal in luftiger Höhe unterhalb vom Kreuzberg und oberhalb der gemündeten Hütte. Ich sitze dem Heidelstein gegenüber auf dem Berg der Franken. Es ist gemütlich, neben diesem holzigen Jungen zu sitzen, der hält wenigstens die Klappe und einfach die Ruhe genießen. Es ist schön, dass es heute so richtig aussieht, es wird so vernebelt und so verschwummelt. Man kann hier super wandern, es gibt tolle Hütten, auf denen man rasten kann oder man kann zum Kreuzberg hochlaufen und ein nettes Bier trinken. Und wie immer ein Käsebrot essen. Also Leute kommt in die Rhön zum Wandern. Wir haben eine Heimat, die einfach traumhaft schön ist, was man an den Lieblingsplätzen sieht, die noch kommen werden. Jetzt wird langsam doch ein bisschen mehr windig. Ich verabschiede mich für heute von meinem Lieblingsplatz.